Okay, ich hab zehn Zahlen. Vier Felder. Ich brauch' einen vierstelligen Kurs. Oh Gott. Nein, 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 nein. Was jetzt? Was passiert jetzt? Scheiße. Scheiße. Hinweise. Okay. Okay. Mist. Hier ist nichts. Folge dem Licht auf grüner Weide. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das? Licht, welches Licht? Licht, folge dem Licht. Grün, grünes Po. Ja, grüner Weide. Ja, okay. Zu jeder Zeit in der Geschichte siehst du einen Menschen sterben. Das Geheimnis zu lösen ist ein Streben und löst du es, bleibst du am Leben. Zeit. Ich muss, ich muss irgendeine Uhr finden. Eine Uhr. Wo ist die Uhr? Ich seh' hier keine gottverdammte Uhr. Einen anderen Menschen sterben sehen. Ja, ja, ja. Einen anderen Menschen sterben sehen. Oh Scheiße. Nein, nein. Okay. Sie zeigen, sie zeigen irgendwo hin. Sie zeigen, äh, also es geht um Zeit. Es sind die Zeiger einer Uhr. Ja, der hier, der hier zeigt, zeigt vier Uhr. Äh, acht, äh, sechs, zwei. Das ist die Zahl. Das ist der Code. Ja, okay. Wo ist die hier? Okay, wo, wo? Ich komm schon, hier. Oh, ja. Gut. Komm schon, komm schon. Acht. Gott, warte. Scheiße. Oh, oh. Oh Gott. Wo ist die? Okay, sechs, 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 sechs. Oh Gott. So, zwei, zwei. Ja, komm schon, na los. Oh schon, komm schon. Komm schon. Dieser, funktioniert das nicht? Oh, oh shit. Ah. Komm schon. Ah. Geh auf. Verdammt noch mal. Geh auf. Oh Gott. Oh Gott. Ich komm hier nicht raus. Ah. 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 Oh Gott. Das wird mich hier raus. Scheiße. Nein. 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 Gott. Nein. Bis zum nächsten Mal.